Jo Freunde, wie geht's auf euch? Ich hab dich gut. Hallo und herzlich willkommen beim 700.000 Abonnenten Special. Ich sag's nicht, wie es ist Freunde, ich bin gerade richtig, richtig nervös, denn heute werde ich versuchen, den Weltrekord zu knacken. Das heißt, ich werde versuchen, so viele Liegestütze wie möglich innerhalb von einer Stunde rauszuballern. Ich meine Freunde, so krass, wie ihr mich motiviert habt, allein das 2.000 Liegestütze pro Stunde Video hat über 1,1 Millionen Aufrufe bekommen und über 168.000 Daumen nach oben. Komplett crazy. Ja und ihr habt die Kommentarbox zugebombt, dass ich den Weltrekord knacken soll, beziehungsweise dass ich es versuchen soll. Ja, dann bin ich auf die Guinness Buch der Rekorde Webseite gegangen und hab mir mal angesehen, was eigentlich so der Rekord ist. Und dann hab ich rausgefunden, dass der aktuelle, offizielle Weltrekord für Liegestütze pro Stunde bei 2.806 Liegestützen liegt. Und der wurde von Jared Young am 31. August 2018 in Australien aufgestellt. Dann wollte ich mir das Ganze einfach mal anschauen, wie das überhaupt möglich ist, aber ich hab dazu leider kein Video gefunden. Aber ich hab ein Video vom Zweitplatzierten gefunden, der auch 2.600 und, ich hab's mir aufgeschrieben, 82 Liegestütze rausgeballert hat. Und nämlich Carlton Williams. Und das erste, was mir dann direkt durch den Kopf ging, als ich das gesehen hab, war einfach so, wie soll ich das jemals schaffen? Denn ich war ja schon bei den 2.000 Liegestütze pro Stunde komplett an meinem Limit. Und dann hab ich so runtergescrollt und mir mal die Kommentare unter dem Video durchgelesen. Und Freunde, was soll ich sagen? Ihr seid einfach die absolut krassesten. Die Kommentarbox war einfach voll mit Sascha Huber Park, das sind ein paar Monate locker. Sascha Huber wird auch ihn holen. Ja, Sascha Huber just did 2034 an hour and he did the pushups correct. Und dann bin ich einfach so da gesetzt und hab mir einfach die ganzen Kommentare so durchgelesen. Und das hat mich natürlich extrem, extrem motiviert. Und dann hab ich mich dazu entschlossen, ja, wenn die Community das unbedingt will, dass ich zumindest mal versuche, den Weltrekord zu knacken. Dann hab ich im Internet weiter recherchiert und da hab ich gesehen, dass anscheinend ein Inder im Jahr 1998 3.877 Liegestütze pro Stunde rausgeballert hat. Und da sag ich euch ganz ehrlich, da hätte ich niemals eine Chance. Dazu gibt es aber auch kein Video und es ist kein offizieller Rekord. Also ich werde heute einfach mal versuchen, den offiziellen Rekord von 2806, ja, Liegestütze zu knacken, beziehungsweise dem zumindest nahe zu kommen. Ich werde einfach so viele Liegestütze wie möglich versuchen, auch wenn ich es bei so einer unglaublichen Wiederholungszahl in einer Stunde sicher nicht immer schaffen werde, mit einer perfekten Form zu arbeiten. So ehrlich möchte ich einfach mit euch sein, Freunde. Aber ich würde sagen, ich werde einfach mein Bestes geben, nachdem es sich so viele von euch gewünscht haben. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Also, gehen wir es an, let's go! Alles klar, jetzt geht's los! Und eins möchte ich direkt mal vorweg gesagt haben, Freunde, und zwar, das ist kein offizieller Weltrekord oder auch nur Weltrekordversuch, denn mit diesen Lorbeeren möchte ich mich auf keinen Fall schmücken. Das möchte ich einfach mal direkt am Anfang gesagt haben. Boah, ich sag's euch, ich bin gerade extrem nervös. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich euch, beziehungsweise auch mich, ja, jetzt nicht enttäuschen werde. Ich habe schon mal meine Handgelenksplantagen vorbereitet und auch Wasser habe ich am Start. Das ist jetzt also nur mal Wasser. Den Proteincheck gibt's nach dem Weltrekordversuch, denn den Proteincheck muss man sich ja natürlich auch verdienen. Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt und Supplements braucht, ihr findet Europas günstigste Supplements. Aber natürlich auch freshes Trainingsoutfit und Trainingsequipment unten in der Videobeschreibung. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, mit dem Code Sascha10 habt ihr bei Prozys die absolut meisten Vorteile. Und das wird auch immer so bleiben, das heißt 10% Rabatt, jede Woche 100 Euro Gewinnspiele an alle, die mit dem Code Sascha10 bestellt haben. Und natürlich auch viele Gratisprodukte, welche das sehen, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt starten wir schon direkt los. Let's get do it. Und damit ich eben top motiviert bleibe, gibt es jetzt nochmal einen Kaffee. Den balle ich jetzt mal weg. Dann geht's also jetzt wirklich los. Ich bin schon extrem gespannt. Du bist nervös. Ja, gespannt, nervös, alles auf einmal. Oh Gott, viel Glück auf jeden Fall. Ja, danke. Und ich zähle. Ich habe schon meine Stricherliste bereit und ich schaue das da nicht. Wenn du dich verzählst, die sagst du. Oder wenn du nicht auf Playdrückst. Dann habe ich den Job verloren, oder? Dann hast du den Job verloren. Bin ich weg. So, jetzt muss noch schnell die Banane weg. Hier habe ich euch die Atoma vorbereitet, also Atoma.de. Das ist also die genaue Zeit inklusive Datum und so weiter. Ich glaube, so kann man das Ganze ganz gut sehen. Und hier bereite ich noch einen Timer von einer Stunde vor, damit ihr das Ganze auch sehr schön verfolgen könnt. Ich werde das Ganze für euch natürlich selbstverständlich ganz ohne Schnitt, beziehungsweise eben Cut-up filmen. So, ungefähr ist es jetzt richtig eingestellt und es geht schon los, Freunde. Nämlich in 5 Sekunden. Ja, dann drücke ich hier auf Play. Dann starten wir direkt um halb 8. Freunde, es geht jetzt los. Let's go! Also, ich werde jetzt direkt starten und direkt mal versuchen, die ersten 30 Wiederholungen rauszubalern, Freunde. Das ist so das Ding. Ich versuche jetzt einfach 30 Wiederholungen zu machen. Oh, let's go! Ah, Freunde! Ich sag's euch! Wie viel? Hey! Ich sag's euch, Freunde, das ist schon jetzt extrem schwer. Ich muss jetzt, ich hab so wenig Pause, ja, ich mach jetzt mal einen Booster, die Zeit läuft. Ja, es sind schon zwei Minuten vergangen. Also, ich muss sagen, die Zeit ist extrem kurz für die Liegestütze. Holy fuck! Ja, ich muss ehrlicherweise zugeben, dass es jetzt schon extrem schwer ist, Freunde. Also, ich sag's euch, wie es ist. Es brennt wie Sau! Fuck! Ja, ich sag's euch, wie es ist. Boah, Freunde, fuck! Das ist schon so hässlich! Holy moly! Ich hab keine Ahnung, wie viel ich jetzt hab, aber ich schwitz schon extrem. Keine Ahnung, wie krass man das sehen kann. Aber ich hab keine Zeit, um Pause zu machen. Fuck! Fuck! Mmh! Es geht schon direkt weiter. Fuck! Schon eine vierte Stunde ist vorbei. Holy moly! Gurkwamoli! Let's go! Ich hab keine Ahnung, ob ich das Tempo durchhalten kann. Es geht schon wieder weiter. Und ich fühl mich ehrlich gesagt, jetzt schon richtig scheiße, Freunde, aber ich zieh jetzt einfach durch. Noof, bitte! Fuck up! Fuck up! Fuck up! Fuck up! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin schon kurz vor dem Sterben, holy fuck scheiße! Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, Freunde, aber ich schwitze schon extrem. Ja, es ist zu heftig, wenn ich schwindelig, fuck! Immer nur eine ganz kurze Pause und dann geht es immer schon wieder direkt weiter, fuck! Und generell gilt, Freunde, auch wenn ich es nicht schaffe, vor allem, dass so ein Liegestütz-Hype ausgelöst wurde. Denn so konnten wir über 34.000 Euro spenden. Eine Million Liegestütz-Video, Freunde. Polizei, Bundeswehr, alle am Start. YouTuber, Zuseher, check das Video gerne aus. Und das ist der Zweck. Alles für den guten Zweck, Freunde. Ich freue mich, dass ich das auch für den guten Zweck machen konnte. Jetzt geht weiter! Superhero! Superhero! Fly all, away! It's the first time of today! Today! To dream, believe! You're all the strength, you're all I need! Freunde, ich habe schon die Vermutung, dass ich nicht ausgehen werde. Aber ich gebe 100.000% und ich habe keine Zeit zu reden. Ich muss einfach nur machen, nur machen, nur machen. Es ist zu heftig. Ich kribiere gerade. Es geht weiter. Superhero! You're a superhero! We are the ones that mean 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 we are the ones that mean. Football Pot Psalm All my mind So say that With hope and You are sure I could have agreed that We were meant to be Our love Is what they talk about What they talk about in movies Our love Mir ist so schlecht, ich glaube ich muss kotzen, also ohne Spaß, wir kommen ständig rauf. Ich bin jetzt schon über mein Limit, mir ist so schlecht, scheiße mir ist so schlecht, ich habe Spaß, fuck, scheiße. Ich fühle mich gerade richtig scheiße, denn ich glaube ich schaff es nicht und ich will euch nicht enttäuschen und auch mich nicht enttäuschen. Du enttäuschst uns nicht. Auch dich nicht enttäuschen. Krass. Scheiße. Krass. 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 Ich muss kotzen, ich muss kotzen. Scheiße. Fuck, mir ist so schlecht. Fuck. Fuck. Ich kann nicht mehr. 2 Minuten 50. 2 Minuten 50. Schatz, komm. Fuck. Durchbeiss jetzt noch. Die letzte Minute. Die letzte Minute. Fuck. Scheiße. 15 Sekunden. Ich spür mich nicht mehr. 10 Sekunden, komm. Ich spür mich nicht mehr. Geht los. 1, 2, 3, 4 und 3. Oh, mein Gott. Mir ist schlecht. Hör mal den Kübel, hör mal den Kübel. Oh Gott. Hör mal den Kübel. Ja, ja, ja. Oh Gott. Fuck vorne. Ich habe gerade richtig gekotzt. Also, ich bin überall raus. Auch, ich will jetzt nicht die Einzelheiten nennen. Aber, ich kann nur eins sagen, ich bin total ins Limit gegangen. Ich habe alles gegeben. Was ich einfach geben konnte ist. Ich bin gerade richtig, richtig, richtig enttäuscht von mir selbst. Na, du darfst ihn enttäuscht sein. Na, du darfst ihn enttäuscht sein. Ich bin richtig enttäuscht einfach, weil ich, ja, mich riecht, weil ich alles gegeben habe. Und, wenn es dann nicht klappt, dann fuck mich jetzt so richtig ab. Das fuck mich so richtig ab. Und, im Leben ist es natürlich öfter mal so, dass es vielleicht nicht so klappt, wie man will. Aber, aber... Soll ich dir aber was sagen, du hast 2.285. In einer Stunde. Also, Freunde, schreibt mal bitte alle in die Kommentare, was das für eine unglaubliche Leistung ist. Du darfst jetzt nicht so schmälern. Ich wollte den Weltrekord knacken. Und das ist halt wieder eine andere Liga. Aber es ist halt so krass, weil jeder einzelne Liegestütz über den 2.000 hinaus, den spürst du. Den spürst du so krass. Und das habe ich einfach total, ja, total unterschätzt. Und, was meint ihr, Freunde? Soll ich weiter trainieren? Soll ich weiterhin alles geben, damit ich mal den Weltrekord schaffe und dranbleiben? Er gibt einfach nicht auf. Das ist das Beste. Du gibst nicht auf. Er gibt nie auf. Du kannst nicht einmal aufgeben. Einmal! Das Ding ist, ich schlafe dann einfach nicht gut. Was meint ihr, Freunde? Soll ich trotzdem weitermachen? Dann zeigt es mir einen dauernder oben, beziehungsweise schreibt es mir in die Kommentarbox. Ich kann nur noch sagen... Der will jetzt Tag und Nacht Liegestütze trainieren. Ich kann nur noch sagen, Freunde, ihr seht, auch mir gelingt bei Weitem nicht immer alles. Und, ja, wichtig ist nur, dass man wieder aufsteht und es nochmal versucht. Krone richten! Krone richten! Blick geradeaus und wieder alles geben, ja. Kann ich nicht machen, aber, ja, es fuckt mich ab. Aber du hast ja ein Weltrekordziel. Ich bin echt so gefuckter da. Also ich finde, das war eine mega, mega Leistung, wirklich. Wenn ihr das auch so seht, lasst mal alle einen da nach oben da, damit du das endlich glaubst, damit du es nicht verstehst. Du hast bei 1000 angefangen, bei 1000 hast du dich schon gefreut, dann hast du 2000 gemacht, da hast du dich schon gefreut. Aber jetzt ist ein halbes Jahr vergangen und ich dachte mir, ich kann wieder mehr schaffen. Ja, aber kann nicht immer jedes halbes Jahr, weiß nicht, 1000 mehr schaffen. Dann schaffen die in 10 Jahren 10.000. Ja gut, es sind aber 250 mehr gegangen, muss ich sagen. Ja. Ist eine Leistung, ist ein krasser Fortschritt. Und ich glaube, ich habe mir jetzt einen Protein-Shake verdient, oder? Nicht den Besten. Welch möchtest du? Den absolut Besten. Ja, okay. Nein, ist der Shaker irgendwo. Weggefetzt. Habe ich weggefetzt? In deiner Trauer. Ja, scheiße. Aber nein, das ist eine krasse Leistung. Und Freunde, für euch habe ich auf jeden Fall einen kostenlosen Trainingsplan erstellt. Mit den kostenlosen Workouts dazu. Einen kostenlosen Ernährungsplan, Freunde. Ihr wisst Bescheid, bei mir gibt es auf diesem Kanal alles kostenlos für die beste Community. Und aber tausende von euch haben bereits eine krasse Transformation hingeballert zu einem Traumkörper. Und das inspiriert mich einfach weiterzumachen. Und das ja motiviert mich auch für euch weiterhin Videos zu produzieren. Und ja, ihr könnt das Video gerne auch checken. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Und da findet ihr eben, wie bereits erwähnt, auch Europas günstigste Supplements. Und mit dem Code Sascha10 habt ihr eben die meisten Vorteile. Und weil ich jetzt gut drauf bin, beziehungsweise jetzt wieder gut drauf bin, verschenke ich jetzt einen 100€ Gutschein. Gibt es eben jede Woche jemanden von euch, der mit dem Code Sascha10 mehr Prozess bestellt hat. Und zwar gewonnen hat, ich lasse mir aufgeschrieben, aufgeschrieben der Liebe, Jan Brase. Herzlichen Glückwunsch, der Hund-Euro-Gutschein geht raus zu dir. Schreiben einfach auf Instagram. Weil du bist echt vor hinaus da. Da rinns richtig oben. Okay, aber jetzt? Nimm mal traurig sein. Ja, geht's klar. Ich habe es heute nicht geschafft, dass ich mir vorgenommen habe. Ich wünsche euch aber, dass ihr immer alles schafft, was ihr euch vorgenommen habt, Freunde. In diesem Sinne, ich wünsche euch nur das aller allerbeste. Macht es gut. Ich hoffe, dass das Video zumindest mal Entertainment oder lustig war oder irgendwie Spaß gemacht hat. Macht es gut, Freunde. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Sascha. Peace. So, Freunde. Jetzt ist einige Zeit vergangen. Und ich sage es euch, wie es ist. Ich habe lange überlegt, ob ich das Video überhaupt hochladen soll. Denn ich bin einfach mega enttäuscht, dass ich es nicht geschafft habe. Ich wollte zum 700.000 Abonnenten-Special für euch was richtig krasses rausballern. Und das hat eigentlich nicht geklappt. Noch dazu bin ich eben mit meiner Form der Liegestütze nicht zufrieden. Denn ich habe mich einfach komplett auf den Weltrekord fixiert. Das heißt, auf die Zahl 2806. Und war einfach komplett übermotiviert und wollte einfach unbedingt die Zahl erreichen. Deswegen habe ich ehrlich gesagt überlegt, ob ich das Video überhaupt hochladen soll. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das Video trotzdem hochzuladen. Denn ich möchte euch damit zeigen, Freunde, dass auch mir nicht immer alles so einfach gelingt. Sondern dass da harte Arbeit und vor allem viele, viele Tiefschläge und Fehlschläge dahinter stecken. Auch die Seite möchte ich nicht verstecken, sondern euch auch einfach zeigen. Denn das ist genauso ein Teil von meinem Leben. Und was Fehlschläge generell in meinem Leben angeht, davon könnte ich leider viel zu viele aufzählen. Also, Freunde, auch wenn euch vielleicht mal was nicht gelingen sollte, lasst euch auf keinen Fall unterkriegen. Und lasst euch niemals einreden, dass ihr das Zeug dazu nicht habt. Denn das ist völliger Schwachsinn. Denn ihr habt bereits alles in euch, was ihr braucht, um eure Ziele erreichen zu können. Ich glaube an euch, Freunde, und möchte mich hiermit nochmal für über 700.000 Abonnenten herzlichst bei jedem einzelnen von euch bedanken. Vielen herzlichen Dank für den Ehren-Support. Ja, macht es gut, Freunde, das war's jetzt auch schon wieder. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Peace!